Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier und wie ihr es schon im Hintergrund erkennen könnt, Mars Hydro hat mir eine Lampe gestellt, die ich selbst mal austesten wollte und zwar die Mars Hydro SP 250. Viele von euch wissen ja, ich bin ein absoluter Mars Hydro Hater, weil sie früher sehr gefährliche Lampen sogar verbaut haben und eine akute Brandgefahr bestand. Dazu waren sie nicht wirklich effizient und für das was sie leisteten einfach überteuert. Hier im Video zu sehen einmal der Lieferumfang, eine kleine Beschreibung zur Lampe mit sämtlichen Spezifikationen, 230 Watt soll sie haben. Hier sieht man noch ein paar Farbspektren zum Beispiel und technische Daten, wobei das was dort steht, darauf kann man sich Mars Hydro Like nicht verlassen. Die Gewährleistungskarte, wo auch ein bisschen erklärt wird, wie der ganze Gewährleistungsprozess funktioniert. Hier rechts zu sehen eine kleine Übersicht. Ich muss sagen, Mars Hydro ist immer recht kulant, aber das ist immer ein bisschen schwierig, die Kommunikation. Hier sind die Aufhängungen schon dabei tatsächlich. Die Lampe ist auch recht groß, die ist einen knappen Meter und eigentlich geeignet für Zelte in der Größe 1,20 x 60. Die ist wirklich sehr, sehr groß. Ihr seht es hier schon, Mars Hydro hat sich tatsächlich dazu entschieden, ein tolles Minuel-Netzteil zu verbauen. Somit habt ihr die Sicherheit, dass mit der Lampe nichts passiert, während ihr zum Beispiel auf Arbeit oder unterwegs seid. Ihr habt sämtliche Brandschutzvorrichtungen, Temperaturüberwachungen, Stromkreisüberwachungen. Also es kann mit so einem Netzteil wirklich sehr, sehr wenig passieren, weil ihr sämtliche Schutzmechanismen verbaut habt. Auf die Lampe selbst würde ich aber gerne eingehen. Also das ist eine Lampe, die kostet rund 370 Euro. Und ich habe sie ja noch nicht wirklich getestet. Ich habe sie ein bisschen ausgepackt, habe sie mir ein bisschen angeguckt. Und sie ist wirklich, muss man sagen, von der Qualität besser als die vorherigen Lampen, wie wir sie alle kennen mit ihrem lila Lichtspektrum von Mars Hydro. Allerdings muss ich sagen, hier sind keine guten LEDs verbaut. Das sind wieder irgendwelche No-Name-Branded Epistar-LEDs, die zwar sehr, sehr viel effizienter laufen als die, die wir bisher von Mars Hydro kennen, allerdings nicht diese Lebensspanne haben wie Samsung-LED-Chips. Also hier wurde natürlich wieder auf etwas billigere Dinge zugegriffen. Also ihr seht es schon, die leuchtet sehr, sehr hell auf, läuft mit rund 230 Watt. Und ihr habt am Netzteil selbst die Möglichkeit hier, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, aber ihr könnt die LED dimmen. So viel kann ich euch zu der Lampe natürlich noch nicht sagen. Ich werde sie ausgiebig testen. Es werden noch viele Videos kommen. Es wird ein Test kommen, ob sie wirklich wasserdicht ist. Das werden wir richtig testen mit einem Glas Wasser, dass wir einfach drüber kippen über die LEDs. Und es bleibt in Zukunft abzuwarten, wie sich die Lampe macht. China-LED-Chips sind immer mit großer Vorsicht zu genießen. Und deshalb kann ich zu dem jetzigen Zeitpunkt keine Empfehlung aussprechen. Weil ich die Chips erst testen muss, gucke wie warm die laufen, wenn die wirklich stundenlang auf Hochbetrieb sind. Und bleibt vorsichtig, guckt euch die Sachen erstmal an und wartet ab. Kauft das Ding noch nicht, vor allem nicht für 360 Euro. Wir werden es noch ausgiebig testen. So, aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich wollte euch mal ein bisschen informieren, was so zur Zeit los ist. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.